So, hallo zusammen! Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Ni no Kuni. Und wir sind ja immer noch in Katzbuckel. Wir haben uns hier noch nicht alles angesehen, wir haben aber mittlerweile unsere Auftragskarte. Wie nennt sich das nochmal? Es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Ich schau mal nach, das muss doch in unserem Inventar sein eigentlich. Ne, Quatsch, Tagebuch war es, ich erinnere mich. So, Stempelkarte, da unten. Wie kann ich die denn aufrufen? Kann ich die irgendwie aufrufen? Stempelkarte anzeigen, ja, wer lesen kann, ne? Okay, genau, wir haben unsere Stempelkarte. Hier rechts sehen wir auch unsere Belohnung, die wir dafür erhalten könnten. Springer, erlaubt es dir mit Kreis während des Laufens zu springen. Nicht sehr nützlich, aber es macht Spaß. Hm, ja gut. Was haben wir hier? Läufer, erlaubt es dir ein wenig schneller über die Hügel und Ebenen der weiten Welt zu laufen. Das hört sich ziemlich sinnvoll an. Ich glaube, darauf werde ich hinarbeiten. Was haben wir hier? Sammeltrieb, gestalte deine Sammelaktion hin und wieder etwas erfolgreicher. Okay, keine Ahnung, ob man dann mehr Loot findet. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Ähm, Pierscher, macht es dir einfacher, dich von hinten an Gegner anzuschleichen? Hört sich auch gut an. Ich glaube eh, dass wir... Also ich würde tatsächlich gerne viele Quests auch mitnehmen. Die haben sich hier sicher sehr viel Mühe damit gemacht und dann sollte man das auch tatsächlich wahrnehmen. Äh, und es ist ja tatsächlich so, dass es unsere Reise auch echt einfach nur erleichtert. Ähm, so, und ich denke mal hier sehen wir schon, sie leuchtet. Möglicherweise hat sie auch eine Quest für uns, wir quatschen mal mit ihr. Das war die Mutter, die sich immer Sorgen um ihre Kinder macht. Meine Güte, wo sind die kleinen Racker denn nun schon wieder hin? Stimmt etwas nicht? Meine Jungs, die drei laufen dauernd weg und kommen nicht nach Hause zurück. Ich weiß, dass sie nur spielen, aber ich habe Angst, dass sie sich wehtun könnten. Sie sorgen sich sehr um sie, nicht? Das stimmt, und heute sind sie noch später dran als sonst. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Ach, Mütter haben es einfach nicht leicht. Egal, was passiert, nicht? Hast du vielleicht ein bisschen Zeit? Könntest du nach meinen Jungs suchen? Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Ähm, ja, komm. Doch, warum nicht? Eine Mutter in Katzburg sorgt sich um ihre Söhne, die noch nicht nach Hause gekommen sind. Willige, einen der Mutter zu helfen, das haben wir gerade getan. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästigen muss, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du mir Bescheid geben könntest, für den Fall, dass du sie findest. Okay. Ja, äh, dann sehen wir uns doch mal um. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass die hier irgendwie in der Stadt verteilt sind, die Kinder. Hier, der war doch vorhin, der war auch letztes Mal noch nicht da. Au, das tut weh. Oh, sieh nur. Das arme Kärchen hat sich wehgetan. Muss einer der verschollenen Kleinen von der Dame sein. Sollten ihn wohl besser verarzten, was? Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Aber was können wir tun, Tröpfchen? Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mann, Olli, Gedächtnis wie ein Sieb, aber echt. Du bist doch ein Zauberer oder nicht? Mach's mit Magie, verflixt. Oh, hm, gut. Und wie stelle ich das an? Welchen Zauberer muss ich benutzen, Tröpfchen? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich sag's nur einmal, okay? Lindernde Hand, Junge. Kapito? Verflixte, lindernde Hand. Aber jetzt hast du's zweimal gesagt. Autsch, das tut weh. Mann, was hat der denn für Anfälle, der Junge? Oh, okay, stillgehalten. Ich will dir nur helfen, okay? Ja. Komm, wir klauen ihn in seinem Herz. Nee. Lindernde Hand. Hm? Es tut nicht mehr weh. Hurra, mir geht's wieder gut. Hör mal, Kurzer. Deine arme Mutti macht sich Sorgen um dich, verstehst du? Ab nach Hause mit dir. Ja, ich verspreche's. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay, er bewegt sich kein Stück. Du hast mich mit Magie geheilt. Magie ist toll. Ja, ne? Okay, dann haben wir ja einen schon gefunden. Der Stern oben zeigt uns, wo wir hin müssen. Ach genau, wir müssen ja schlafen gehen, damit unsere Klamotten von der Uhu-Dame gekürzt werden, weil die hat ja irgendwie nur so Zeltklamotten für uns. So, was haben wir hier? Schau mal. Die blinkt auch. Mio, das gefällt mir auch nicht so ganz. Fleißig am Dekorieren, was? Ich sag ja immer, eine Blume oder zwei. Das ist schon ein Unterschied. Machen alles gleich viel freundlicher, ja? Mir auch nicht schlecht. Gerade eben dachte ich, könnte ein paar Blumen gebrauchen, um meinen Hauseingang zu verschönern. Nicht wahr? Ja, wirklich? Was für Blumen würden Sie denn gerne benutzen? Tja, ich hätte gerne etwas Schönes, Helles. Und ich brauche frisches Quellwasser zum Gießen. Mio, mio. Ich weiß. Du kannst mir helfen. Hast du ein bisschen Zeit übrig, bitte, bitte? Äh, ja. Eine Katzenvölklerin in Katzbuckel sorgt sich wegen des Blumenschmucks für ihren Hauseingang. Willige ein, der Katzenvölklerin zu helfen. Na komm. Dann machen wir das. Steht alles im Tagebuch, bla bla. Oh, danke. Du bist ein wahrer Gentleman. Gut. Kannst du mir bitte zwei Weidenwurzeln und zwei frische... Äh, nein. Zwei Flaschen Quellwasser bringen? Natürlich. Oh. Aber wo finde ich die? Nja, im Laden mal und sowas nicht kaufen. Mein Gott. Du musst im Hügelland danach suchen. Mir auch keine Sorge. Du wirst die Glitzer... Du wirst die Glitzer... Du wirst die Glitzernd sehen. Ich nehme an, du hast außerhalb der Stadt schon glitzernde Stellen gesehen, oder? Du solltest sie mir auf jeden Fall genauer untersuchen, wenn du welche findest. So wirst du viele wertvolle Gegenstände entdecken. Ja, eins noch. Wenn du an solch einer Stelle etwas einsammelst, hört sie auf zu... äh, mir auf zu glitzern. Aber keine Sorge, nach einer Weile ist das Funkeln wieder da und mit ihm der Gegenstand. Verstanden. Vielen Dank. Wir werden die Stadt verlassen und nach diesen, äh, glitzernden Stellen Ausschau halten. Dufte. Da packt einen gleich die Sammelwut, oder nicht? Vielen Dank, ihr zwei seid wirklich zu nett. Da fällt mir doch aber ein, dass wir diese glitzernden Stellen schon gefunden haben. Und, äh, ja, wir das doch eigentlich schon dabei haben müssten. Ähm, an dieser Stelle... Ich muss mal kurz meinen Ton hier ein bisschen... Einmal nachgucken. Äh, ich hab das Gefühl, der ist gerade ein bisschen laut. Ähm. Was haben wir hier? Die, die, die... Ich krieg den Sound jetzt hier gerade auch nicht leiser gestellt. Ähm. Gut, lassen wir das so. Äh, ja, wir haben das doch eigentlich dabei. Ah, so. So. Ne, jetzt hab ich's eingestellt. Jetzt ist doch alles gut. Ähm. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben... ...doch tatsächlich was dabei. Wir quatschen hier nochmal an. Miau, du hast schon alles gefunden. Jawoll. Sind das die richtigen Dinge? Oh ja, schnurrig. Einfach schnurrig. Ich bin dir sehr dankbar, mein Kleiner. Hier ist ein kleines Geschenk zum Dank für deine Miau-Opfernde Hilfe. Oh, cool. Ein Holzschild. Du erhältst folgende Belohnung. Ein Holzschilds und 50 Gulden. Und zwei Stempel. Eine Katzenvölklerin in Katzburg sorgt sich wegen des Blumenschmucks für ihren Hauseingang. Ja, toll. Wir haben zwei Stempel gekriegt. Du erhältst zwei Verdienststempel. Ja, toll. Und wir haben jetzt ein Schild bekommen. Was können wir denn mit dem Ding machen? Da. Einfacher Holzschild. Im Kampfe taugt er nicht viel. Daher findet er oft als Kinderspielzeug gebraucht. Ja, super. Gibt aber trotzdem plus drei. Ähm. Ich kann den aber nicht einsetzen, wie es aussieht. Getragen im Beutel. Kann ich den denn einsetzen? Ähm. Kann ich ihm den geben oder was? Ah, ja. Gut. Das ist gar nicht für mich gedacht, sondern für meinen kleinen Wichtel. Einfacher Holzschild im Kampftag, der nicht viel. Ja. Okay. Ja, ist doch super gut. Dankeschön. Freuen wir uns doch. So, wo geht's hier lang? Ja, toll. Haben wir schon eine Quest erledigt. Das ist doch nicht schlecht. Immer, immer hier die Ecken im Auge behalten, weil wir stehen ja doch echt gerne mal ein paar Krüge rum. Wo geht's hier? Hier geht es... Oh. Oh, hier wird auch schon direkt die Musik anders. Gefällt mir nicht. Was stand da gerade? Ähm. Hallo? Schlafe im Katzen... Achso, das ist unsere, was wir noch machen müssen. Ähm. Hm. Warum habe ich so ein dumpfes Gefühl, dass wir da wahrscheinlich früher oder später auch hin müssen? Ich mag ja so Kanäle überhaupt nicht. Ich bin ja doch immer lieber draußen unterwegs. Wenn wir in irgendwelchen Dungeons sind. Hm. Naja, warten wir mal ab. Guck mal, hier ist doch auch jemand Blinkendes. Kätzchen. Miaowire, in welchen Krug habe ich ihn schnurr gelegt? Stimmt etwas nicht? Miaowire, mein kostbarer Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchen Krug ich ihn versteckt habe. Oh, das ist ja schlimm. Was für ein Schatz ist es denn? Ja, da wird er hellhörig, der Olli. Der rote Ohrring meiner Großmutter. Er hat eine Miaus neben schöne Farbe. Könnt ihr mir vielleicht zur Pfote gehen und beim Suchen helfen? Eine junge Katzenvöcklerin in Katzbuckel hat ihren roten Ohrring in einem Krug gelassen und vergessen, welcher es war. Ja, komm. Kann doch nicht so schwer sein. Wir müssen uns ja eh noch ein bisschen umsehen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir den finden werden. Wirklich Miaus gezeichnet. Er ist in einem dieser Krüge, die überall in der Stadt zu finden sind. In einem der Krüge sagst du, lass mich nur machen. Du bist ein wahrer Gentleman. Kann man denn nicht wissen, wo man die Sachen abgelegt hat? Meine Güte. Schauen wir mal hier. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich muss immer mal in alle Ecken ein bisschen gucken. Hier waren wir ja auch schon. Okay. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist schon echt ein bisschen... Schon wieder eine Woche her, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. So. Schauen wir mal hier. Da. Guck mal, hier glitzert doch schon wieder was. Du erhältst ein Bündel Gegengift. Kann man immer gebrauchen. Perfekt. Ach, ist das schön. Ah, das ist wahrscheinlich der Palast. Sieht so niedlich aus. Schön. Hallo. Oh nein, ich habe die Wäsche draußen vergessen. Ja. Ist ja auch scheiß Wetter. Schnell reinholen. Ach, ich find's so lustig mit den Katzen hier. Sind dir die Krüge mir aufgefallen, die überall in der Stadt zu finden sind? Ich denke, du sollst es hin und wieder einen Blick hineinwerfen. Mauns weiß ja nie, ob nicht was Interessantes darin steckt. Oder etwas ganz Merkwürdiges. Worauf spielst du an? Miau. So, hier haben wir scheinbar den König. Eigentlich eine recht kleine Statue für einen König. Normal sind die doch so richtig schön am Protzen. Oh, ist der aus Frankreich? Das ist die Statue eines eltenhaften Vorfahren von König Tom. Seine Miau Stead sollte aufhören, herumzugammeln, wenn er eines Tages eine solche Statue erhalten möchte. So, ähm, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen kleinen Platz. Hier geht's auch... Hier würde es scheinbar rausgehen. Hallo? Dich kenne ich doch von vor der Tür. Den Kindern hier wird erzählt, dass der König des Mäusevolks in der Katzalisation lebt. Es ist zwar nur eine Geschichte, aber von dem Gedanken allein bekomme ich schon eine Gänsehaut. Die Katzalisation. Das war möglicherweise der Eingang, wo wir vorhin waren. Du erhältst einen roten Ohrring. Tada! Gut, aber ich glaube, wir schauen uns trotzdem hier nochmal in der Gegend ein bisschen um. Denn ich möchte ja hier mir einmal alles angesehen haben. Und dann gehen wir wieder zurück. Ach, Palastwache. Glaubst du wirklich, du wirst in diesem Aufzug in den Palast gelassen? Merkwürdig gekleidete Fremde müssen draußen bleiben. Oh, ihr Rassisten! Das ist meine Kultur! Deine Kleidung ist ziemlich ungewöhnlich. Woher kommst du? Das geht sich nichts an. Ich komme aus Holland. Es tut mir leid, aber so verdächtig aussehende Reisende kann ich einfach nicht in den König im Palast lassen. Ihr seid so oberflächlich. Ihr verletzt damit meine Gefühle. Naja, egal. Wir haben uns ja schon Kleidung organisiert und da hinten ist eine Kiste. Vor kurzem habe ich eine Einladung zur Audienz bei König Tom erhalten. Also bin ich pflichtlos hingereist vom anderen Ende des Königreichs. Aber jetzt heißt es, er wolle niemanden sehen. Was soll ich bloß tun? Boah, hier leg dich hier hin und entspannen. Das ist natürlich nicht so toll. Du erhältst Weißbrot. White Bread. So, immer schön die Ecken gucken. Oh, die haben auch Betten in Feengröße, oder? Bla bla. Mein Vater arbeitet im Palast von König Tom. Er ist der mit dem Helm. Okay, das ist ja dann nur einer. Und der mit den zwei Augen und der Nase wahrscheinlich. So. Du wirst nicht glauben, was ich heute in der Schule gelernt habe. Schule macht einen Riesenspaß. Fast so viel wie spielen. Aber nur fast. Streber. Oh, hier. Der mit dem Helm. Das muss doch dann du sein, oder? Zum Grab des Waisen geht es da lang. Du kannst es dir gerne ansehen. Aber bitte sei respektvoll. Gut, dann lasse ich die Hose mal an. Aha. Ah, ich bin hingefallen und habe mir das Knie aufgeschlagen. Au. Oh nein, nicht weinen. Ich werde dich heilen. Ich werde dich heilen. Werte. Gott. Lindernde Hand. Hä? Es tut dir ja gar nicht mehr weh. Genau. Alles wieder gut. Wunderbar. Deine Mutti rauft sich die Haare vor Sorgern. Sei ein braver Junge und mach, dass du nach Hause kommst. Ich verspreche sie vielen lieben Dank. So. Du bewegst dich auch kein Stück. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ähm. Ähm. So. Sorry. Ne. Es war gerade was mit meiner Elgato. Ich musste kurz schauen, ob hier alles im Reinen ist. Äh. Okay. Hier ist das Grab. Du erhältst eine Pastete. Kann ich die meinem Wichtel geben? Ähm. Ne. Das war falsch. Das war Kreaturenkäfig. Genau. Ich hab ne Pastete. Die Genauigkeit steigt. Ja. Ach komm. Solange ich erstmal nur dich hab. Yay. Ja cool. Genauigkeit vom Wichtel steigt um einen Punkt. Das ist perfekt. So. Hier hinter leuchtet auch was. Ach. Wie schön. Ist hier der andere Junge? Möglicherweise. Äh. Du siehst komisch aus. Hm? Hey. Was ist los Junge? Siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Hm? Hä? Ist das für mich? Du hast eine Seite mit dem Zauber Medium erhalten. Na sieh mal einer an. Das ist ja eine Seite aus einem magischen Begleiter. Was macht denn dieser Pimpf damit? Entschuldige. Ich kann dich nicht hören. Denkst du er kann nicht sprechen? Ne. Das ist was anderes Junge. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. So muss es sein. Hm? Hattest du einen Geistesblitztröpfchen? Der Zauber, den er dir gerade gegeben hat. Probier den mal, Uli. Wirst schon sehen. Na gut. Okay. Wir setzen Medium ein. Erlaubt dem Zauberer, mit den Geistern Verstorbener zu sprechen. Sowohl Guten als auch Bösen. Küsst du fünf Mana-Punkte? Dem Himmel sei Dank. Es hat funktioniert. Meine Güte, du kannst ja sprechen. Natürlich kann ich das. Du Schlaumeier. Du hast schließlich Medium gewirkt oder nicht. Dafür ist der Zauber also da? Willst du damit sagen, dass du einen Zauber angewandt hast, ohne zu wissen, was er bewirken würde? Was für ein Zauberer bist du denn? Nur zur Information. Medium gestattet es dir, mit gruseligen Geistern zu sprechen. Mit mir zum Beispiel. Hatte ich also recht. Du bist ein Geist, nicht? Ein Geist? Oje. Geister gibt's also wirklich? Natürlich, Zauberer sehen ständig Geister. Ich war auch einmal ein Zauberer, wisst ihr? Aber dieser doofe, dunkle Djinn hat dafür gesorgt, dass es kaum noch Zauberer gibt. Als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass ich dir die Seite besser gebe. Du bist seit ewigen Zeiten der erste Zauberer, dem ich begegne. Meine Güte, darf ich sie wirklich behalten? Natürlich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich dafür zu bedanken, dass ihr auf mein Buch aufgepasst habt. Auf dein Buch? Nee, da hast du was falsch verstanden, Kindchen. Das ist nämlich unser Buch. Jawohl. Und wer bist denn überhaupt du? Ich? Ich bin Horatio. Allerdings kennen mich die meisten nur als den Zeitlosen. Momentchen. Du willst uns also weismachen, dass so ein Zwerg wie du der verflixte Zeitlose ist? Wer ist hier ein Zwerg, du halbe Portion? Ich bin eine Fee, sieht man doch. Wir sind eben so klein. Frecher Kleiner. Du bist Olli, oder? Und? Du bist in unsere Welt auf Reisen? Äh, ja. Hm, vielleicht sollte ich auch ein bisschen reisen. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf unserer Welt umgesehen. Nun gut, ich werde nach Süden in die Wüste wandern. Ich hoffe, wir werden uns in der dortigen Stadt wieder treffen. Bis bald. Und, er bewegt sich auch kein Stück. Der sieht ja auch knuddelig aus mit seinen hellen Haaren. Die Wüste befindet sich südlich von hier. Das ist mein nächstes Ziel. Okay, cool. Äh, hier gibt es nichts. Das war jetzt auch nicht der dritte Junge, wie ich äußerst gut kombiniert habe. Hier hinten kommen wir auch nicht hin. Oh, ah, okay. Von hier sind wir gekommen. Ja, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Wo ist der dritte Junge? Junge? Ach, die Stimmen sind süß. Okay. Du siehst aus wie der dritte Junge, aber du blinkst nicht. Es heißt, König Tom flätze sich den ganzen Tag nur im Palast herum. Es ist sicher toll, König zu sein. Ja. Keine Verantwortung. Nichts muss man tun. Außer rumliegen. Äh, ja, hier hinten gab es nur das. Ich muss auch die Karte mal ein bisschen... Ach, ich kann nicht springen. Ich muss die Karte auch mal ein bisschen im Auge behalten, dass man möglicherweise auch sieht, wenn irgendwo noch was blinkt. Hallo. Wieder ein schöner Tag. Richtiges Arbeitswetter, würde ich sagen. Boah. Voll motiviert die Leute. So, nein. Hier geht's auch nicht lang. Ah. So. Ach ja, wir haben den Ohrring. Für kleinen Maunzi hier. Hallo. Ja, du hast ihn. Du hast meinen Ohrring. Oh, das ist einfach mir ausgezeichnet. Du hast ihn für mich gefunden. Natürlich, aber verlieren nicht wieder, okay? Ich verspreche, ich werde ihn nie wieder aus den Pfoten geben. Oh, hier ist ein Geschenk für dich. Schnur, eine Kleinigkeit. Vielen lieben Dank. Einen Blättermantel. Du erhältst folgende Belohnung. Mhm. Eine junge Katzenvöcklerin in Katzbuckel hat ihren roten Ohrring in einen Krug vergessen... äh, gelassen und vergessen, welcher es war. Ja, zwei Stempel. Super gut. Du erhältst zwei Verdienststempel. Ja, ach, warum sollten wir nicht alles mitnehmen? Wir haben doch Zeit, oder? Wir haben doch Zeit. Der Laden, der wie eine Eule aussieht, heißt Buhutik. Ich frage mich, wie sie auf den Namen gekommen sind. Ich bin auch schon drauf gekommen. Es sieht aus wie eine Eule. Ähm. Ich schaue nochmal, ob ich... Ähm. Ihm vielleicht auch den... Nee, das... Kann ich mir das ausrüsten? Alter Zweig. Ach, guck mal. Ich kann nur Accessoires tragen. Der Junge von Welt trägt heute Accessoires. Ähm. Gut, was sagt denn der? Dieser Umhang aus zartem grünem Laub schützt vor den Elementen und verströmt einen beruhigenden Duft. Umhang. Ähm. Ich glaube, dass Wichtel den nicht tragen kann, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, ich kann jetzt eigentlich auch nicht weiter switchen. Was haben wir noch? Wir können uns die Tricks angucken. Schnitter haben wir gelernt. Ja, packen wir Sandstreuer auch dazu. Wenn wir ihn haben, nehmen wir ihn auch. Ähm. Ja, und ich kann mich nicht ausrüsten. Das ist schade.